Verbale Entgleisungen von Andrea Kiewel gehören beim ZDF-Fernsehgarten inzwischen wohl dazu. Nach der Pinkelbeichte in der Dusche beleidigte die Moderatorin nun Joachim Jambi. Der Let's Dance-Juror unterstützte Kiewi einmalig als Gastmoderator auf dem Mainzer Lerchenberg. Etwa, um aufzupassen, dass sie sich nicht mal wieder im Ton vergreift? Wenn ja, dann ging der Plan leider nicht auf, denn die Blondine zeigte sich in Höchstform, schreckte nicht mal davor zurück, Jambi aufs Übelste zu beleidigen. So kündigte sie beispielsweise mit folgenden Worten in der Sendung ein Spiel an. Wäre Joachim Jambi ein Fahrgeschäft, dann wäre er das hier. Ein Spiegelkabinett, so Kiewi. Das ist schließlich perfekt für Narzissten. Autsch, wie uncharmant. Joachim Jambi hätte kontern können, doch er lächelte den fiesen Seitenhieb einfach weg. Auch als sie ihn später bei einem anderen Spiel fast schon unsittlich betatschte, sagte er nichts. Dennoch stellen sich immer mehr Zuschauer die Frage, wie lange ist diese Frau für den Sender noch tragbar?